Herzlich Willkommen zu Touchdown, dem NFL Magazin und heute gibt es die erste Episode von NFL Inside NFL Inside, was ist das genau? Die Frage, äh, Fragen Leute NFL Inside Es ist ein Ableger der NFL News Ihr habt ja schon gehört, NFL News kommen nicht mehr War mir ein bisschen zu stressig alles NFL Inside wird eine ganze Nummer entspannter Nichtsdestotrotz bekommt ihr natürlich alle Nachrichten, alle wichtigen Nachrichten vor allem, die in dieser Woche in der NFL passieren werden oder passiert sind Das Ganze immer so gedacht dass es sich auf eine ganze Woche beziehen soll oder halt eben ich weiß noch nicht genau wie ich das mache oder ob es eben auf die letzten drei Tage Also es wird einfach alles viel chilliger ablaufen alles nicht so nach Plan und es wird einfach alles das drankommen, was wichtig ist und nicht so strikt alles wie in den NFL News nach irgendeinem Schema Es wird natürlich ein Schema geben äh, das jetzt aber nicht so ablesbar ist also es wird jetzt nicht erst die Scores dann die News dann blablabla also das wird alles ganz chillig hier ablaufen wie oft soll das Ganze kommen? Und zwar hätte ich gedacht einmal eine Woche jetzt erstmal ähm so Mitte der Woche denke ich mal einmal Mittwoch oder Donnerstag dass es ganz geil ist immer wenn es auch dann zum Donnerstagabendspiel geht Dann noch eine dritte Frage Wie könnt ihr euch an dieser Serie beteiligen? und zwar schreibt einfach in die Kommentare welche Themen ich behandeln sollt oder schreibt es mir auf Facebook unter dem Post zu dem Video dann und dann werde ich eure Themen behandeln die ihr gerne in dieser Sendung haben wollt oder allgemein was ich mal bringen soll Es ist mir sehr wichtig was ihr davon denkt und wie gesagt wenn ihr Ideen habt dann schreibt sie rein ich versuche alles alles irgendwie zu verwirklichen wie gesagt äh dann kommen wir doch trotzdem mal zu so einem kleinen äh Ablaufplan der ja Ablaufplan der NFL Insights Serie und zwar wird er wie folgt aussehen zu allererst möchte ich äh eine Nachricht bringen die die wirklich sehr aktuell ist also die auch wirklich an diesem Tag passiert ist da können kann eine sein es können aber auch vier sein also wirklich ganz stichpunktartig ganz kurz äh was nennenswertes ist was am Tag passiert ist dann wird über das vergangene Wochenende geredet also da werde ich mir dann auch wieder drei Themen raussuchen und äh oder auch über drei Spiele reden die ich verfolgt habe oder nicht also auch die drei kuriosesten Sachen äh werden rausgesucht allgemein was halt eben am Spieltag passiert ist und zu guter Letzt werde ich dann eben auf die in die Zukunft ein bisschen treten also was auf uns zukommt in der kommenden Woche da werden wir auch ein bisschen was äh analysieren werden vor allem jetzt am Donnerstag mit Thanksgiving wird was dabei sein und ich finde wenn ihr Tipps habt für diese Serie jetzt seit NFL Insight dann schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare äh was ich besser machen kann ich mach's jetzt zum ersten Mal und dann wünsche ich euch viel Spaß Jake Cutter der Quarterback der Chicago Bears fällt wohl den Rest der Saison aus er hat sich einen Riss des im Pfannenrand der Schulter also in den Thorn also an den Thornlabram äh zugezogen und wird leider die komplette Saison ausfallen und auch JJ Watt hat sich jetzt endlich mal wieder zu Wort gemeldet er hat einen Bericht geschrieben über seinen sozusagen über seine Rückenerkrankung und hat aber auch eher die negativen Seiten aufgezogen äh dass er auch wirklich schon fast äh mit dem Ende seiner Karriere plant und dass er ja er hat auf jeden Fall kein gutes Gefühl er hat ja Anfang an der Saison Rückenprobleme und wie gesagt äh es ist schwer mit Rückenproblemen eine gute Zukunft zu sehen ich mein als NFL Spieler ist es wichtig wichtig äh einen starken Rücken zu haben und vor allem JJ Watt in seiner Position als äh ja wie gesagt wenn du da aufeinander triffst und hast einen schwachen Rücken das ist einfach nicht gut und wie gesagt er hat ja auch schon öfter zu kämpfen gehabt mit äh seiner Zukunft und jetzt ist es aber anscheinend wirklich so dass er wirklich über sein Karriereende nachdenkt oder nicht nachdenkt dass er es macht sondern dass es auf einmal kommt und wie gesagt er ist nicht so gut drauf aber wenigstens hat er sich mal wieder gemeldet so wie gesagt das war jetzt mal so ein kurzes News Update was heute geschehen ist ähm und dann würde ich sagen das ist jetzt alles mal so ein bisschen noch das ist jetzt noch nicht so eine richtige Folge Insights sondern eher so ein ja so ein ein wie sagt man dazu immer so ein Making of dabei denn jetzt leide ich sozusagen über und jetzt kommt dann äh sozusagen die News überhaupt jetzt mal über den letzten Spieltag dann fangen wir nochmal mit einer fröhlichen aber auch ja was heißt fröhlich fröhliche Meldung an und zwar mit Jared Goff Jared Goff der Number One Pick im letzten Jahr also sozusagen also in dieser Saison hat sein erstes Spiel gemacht in der NFL für die LA Rams es ging leider nicht so gut aus für ihn aber trotzdem also das Spiel ging 14 zu 10 aus für die Dolphins aber ich finde für sein allererstes Spiel war das gar nicht mal so schlecht 134 Yards hat er geschmissen 17 aus 34 oder oder 32 äh completed es ist ein durchschnittlicher Wert für den Rookie denke ich mal und ich habe immer das Gefühl aus dem könnte ein ganz großer werden denn der hat schon also in der Preseason hat er auch ein paar mal gespielt und ich finde der junge hat Talent und wenn man sich so seine College Spiele angeschaut hat ich habe mir auch mal ein paar angeschaut und ich finde der hat wirklich echt Potenzial mal ein ganz großer zu werden dann es schreibt ihm auch keiner vor dass er jetzt gleich irgendwie äh gleich den Super Bowl holen soll oder sowas ich meine die Rams die haben natürlich schon ein bisschen geschwärmt äh vor der Saison und natürlich haben sie dann äh was ich nicht verstanden habe haben sie dann nicht spielen lassen obwohl die da so geschwärmt haben von dem äh aber ich meine wie Carson Wentz jetzt gestartet ist oder Doug Prescott das ist natürlich eine richtige Ausnahmesituation finde ich vor allem Doug Prescott äh als Rookie und trotzdem wenn Jared Goff seine Leistung bringt und er wirklich von Spiel zu Spiel sich steigert kann aus dem äh kann für ihn sozusagen die Saison eigentlich noch ganz gut werden für die Rams jetzt eher nicht mehr aber ich meine im Football ist alles möglich und Jared Goff ist ein cooler Typ finde ich äh völlig zu Recht Nummer 1 Pick meiner Meinung nach der Junge hat's drauf vielleicht ist er beim falschen Verein aber gut wir werden sehen was aus ihm wird Hocus Pocus Filibus die Sierra Seahawks haben mal wieder gezaubert am Wochenende gegen die Philadelphia Eagles und mit dem Zaubern meine ich einen speziellen Zaubertrick und der kommt hier 3 4 3 4 4 5 5 Was Russell Wilson und Doug Baldwin da mit der Abwehr machen, das ist echt schon eine geile Aktion. Also es war wirklich auch der erste Receiving Touchdown für den Quarterback in der Geschichte der Seattle Seahawks. Und also wirklich einer der geilsten Spielzüge, die ich je gesehen habe in der NFL. Und das Geilste ist ja auch noch, ich kenne die Worte von Baldwin davor und er meinte irgendwie, ist es jetzt wirklich dein Ernst, wir sind gerade in der Red Zone und du willst, dass ich den Ball schmeiße und du willst einfach nur so, ey Doug, throw the ball. Ja, und was er daraus gesehen, und was er daraus geworden ist, habt ihr ja gerade gesehen. Also das war wirklich... Und was ist nur los mit den Green Bay Packers in dieser Saison? Nicht nur, dass die Division auch so stark ist bei ihnen, nein, irgendwie, da fehlen mir die Worte. Gestern im Sunday Night Football haben sie sage und schreibe 42 zu 24 verloren gegen die Washington Redskins. Ich will jetzt nichts gegen die Redskins sagen, sie sind wirklich eine starke Truppe. Und ich finde, das ist auch so eine Mannschaft, die teilweise echt Überraschungsergebnisse liefert. Aber sie waren ja nicht ohne Grund jetzt immer wieder in den Playoffs dabei. Und wie gesagt, 42 ist schon eine Ansage gegen die Packers. Die Packers waren immer, fand ich, immer so eine Mannschaft, die hat immer konstant gespielt. Und von denen hast du immer Respekt gehabt. Aber jetzt im letzten Spiel, muss ich sagen, haben mich die Packers einfach richtig enttäuscht. Das Spiel ist ja wie gesagt 24 zu 42 ausgegangen. Aus der Sicht der Packers, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und ja, herzlichen Glückwunsch an die Redskins, die haben das wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, dann kommen wir jetzt mal zum dritten Part der NFL News. Äh, NFL News, sag ich schon, der Folge NFL Insight. Und wie gesagt, da wird es jetzt dann so um die Zukunft gehen. Also was heißt Zukunft, um die nächste Woche eben sozusagen, was da alles passiert wird. Welche Spiele wir jetzt sehen. Und wie gesagt, dann fangen wir einfach mal an. Und am Donnerstag ist es wieder soweit. Thanksgiving steht vor der Tür. Und wie gesagt, das heißt auch nicht nur, dass ein Totan auf den Platz kommt, sondern die Spieler der NFL auch. Und zwar haben wir da das Noel, Vikings gegen Lions und Redskins gegen Dallas Cowboys. Äh, wirklich zwei geile Spiele, die ich mir anschauen werde. Und, ja, Thanksgiving Football ist auch immer was ganz Besonderes, dass das in die Amerikaner auch richtig heiß drauf ist. Schon fast so ein bisschen in Superboy-Stimmung, weil das ist wirklich ein sehr wichtiger Feiertag für die auch. Und ich kann mir vorstellen, dass da einiges Geiles auf uns zukommt. Ich sag's schon wieder, äh, die Kollegen von... Die Kollegen? Ja. Ich sag's nur wieder, Run-NFL wird wieder ein Truthout im Studio haben. Da wird auch wieder eine Party steigen, eine kleine. Ich weiß jetzt gar nicht, wie's bei euch so ist. Wer feiert überhaupt Run-NFL? Äh, da gibt's ja auch wieder Hater und... Und ja, wie gesagt, ich persönlich mag's volle Kanne. Run-NFL, ich bin erstmal froh, dass man zwei Spiele sehen kann. Wie gesagt, jetzt auch vier Spiele diese Woche jetzt hat. Und wie gesagt, Thanksgiving kommt auf uns zu. Ich freu mich riesig drauf. Endlich mal wieder Football seit Sonntag. Und wie gesagt, das war jetzt eigentlich sozusagen der Ausblick, äh, für mich erstmal für nächste Woche. Da wird natürlich in der nächsten Folge viel mehr Content jetzt, äh, sein in den nächsten Folgen. Das war jetzt eher so eine Folge, wo man ein bisschen was erklärt, um was geht jetzt sozusagen in diesem Format, welches ich ja angesprochen habe im letzten Video. Übrigens, äh, schaut euch unbedingt mal Draft Day an, den Film. Habt ihr mal ein Review dazu gesehen und unbedingt mal wieder, äh, bei meinem Kumpel Hendrik auf Popkultur abchecken. Da wird es jetzt demnächst auch wieder eine neue Folge der, äh, Walking Dead Besprechung geben. Und wie gesagt, jetzt sind wir in der Endcard angelangt. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ein Daumen nach oben, äh, kommt. Natürlich mich abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wie gesagt, ja, abonnieren. Ein paar Videos noch. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche? Ja, glaub, bis zur nächsten Woche. Oder bis zum Wochenende dann, wie gesagt. Und dann sag ich, Servus!